Das Berufsfortbildungswerk in Bautzen, kurz BFW Unternehmen für Bildung, bietet umfangreiche Fortbildungsmaßnahmen im CNC-Bereich an. Diese Angebote richten sich vor allem an Menschen mit einem gewerblich-technischen Beruf, die den Umgang mit modernen Werkzeugmaschinen erlernen, ihre Kenntnisse auffrischen bzw. eine andere Steuerung erlernen wollen. Um die Maßnahme an den individuellen Bildungsbedarf anpassen zu können, ist sie modular aufgebaut. Am Ende der Fortbildung kann zur Vertiefung des Erlernten ein betriebliches Praktikum, gern auch als Einarbeitung an einen zukünftigen Arbeitsplatz, organisiert werden. Bei vorhanden Sein bestimmter Voraussetzungen ist es möglich, die Maßnahme mit der Fortbildungsprüfung CNC-Fachkraft vor der Handwerkskammer Dresden abzuschließen. Folgende Module werden in unserem Haus angeboten. CNC-Technik drehen bzw. fräsen als Vorbereitung auf die fachspezifischen Module. CNC-Fräsen und Drehen Wir unterrichten das Herstellen von Werkstücken auf Maschinen mit Sinumerik, Heidenhain und Steuerungen nach DIN 66025. Für das Modul Erodieren steht eine CNC-Senk-Erodieranlage zur Verfügung. Das Handhaben von CNC-Koordinaten-Messmaschinen für die Qualitätssicherung rundet unser Angebot ab. Übrigens, der Unterricht zur Programmierung wird an Programmierarbeitsplätzen der jeweiligen Steuerung durchgeführt und für die Praxis stehen sieben CNC-Maschinen zur Verfügung. Dabei greifen wir auf Industrietechnik unterschiedlicher Hersteller mit entsprechender Peripherie zurück. Neben der Fortbildung zur CNC-Fachkraft bieten wir in diesem Bereich Firmenschulungen an, die auf Wunsch hin auch in Ihrem Unternehmen vor Ort durchgeführt werden können. Das Berufsfortbildungswerk BfW in Bautzen ist seit 25 Jahren Dienstleister in Sachen Bildung. Wir sind ein Garant für Zuverlässigkeit bei der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften und arbeiten dabei eng mit Trägern wie der Agentur für Arbeit, den Jobcentern sowie regionalen Unternehmen zusammen. Sprechen Sie mit uns!